hallo und herzlich willkommen auf eu2k tv und herzlich willkommen zu einer neuen folge wwe2k20 das mr christmas in the bank turnier wir machen heute weiter es ist 18 uhr und es gibt mal wieder zwei folgen an diesem tag und wir sehen heute joe the king gegen den amtierenden us champion ricochet aus dem community universe dem universe ja und dieses projekt hängt natürlich auch mit diesem projekt zusammen also mr christmas in the bank hängt mit dem universe zusammen und bedeutet also wenn ihr interesse habt hier mitzumachen wobei das jetzt schwierig wird ich glaube das schafft keiner mehr dass ihr jetzt noch hier in dieses turnier reinkommt also da ist der zug jetzt abgefahren aber ihr könnt euch beim universe mitmachen dann schaut mal in die video beschreibung rein dort findet informationsvideo mit allen teilnahmenbedingungen und ansonsten gibt es dann noch zwei textdateien die in der video beschreibung verlinkt sind wo noch mal alles zusammengefasst ist weil 40 minuten video content ist natürlich eine menge und das kann sich ja keiner merken deswegen ist das alles immer das wichtige in der textdatei zusammengefasst allerdings empfehle ich euch trotzdem das video zu schauen weil eben viele dinge auch noch mal erklärt werden wie das so abläuft was eben der textdatei nicht zusammengefasst wurde ja ansonsten in der video beschreiben noch die ganzen links zu meinen social media accounts facebook twitter instagram links meinem twitch kanal lasst mal ein follow da würde mich sehr sehr freuen wenn ihr mich auch dort zu poppen würdet und täglicher ww2k20 content ist auch garantiert es gibt zum beispiel hier jeden tag zwei folgen vom community universe dem universe und zwei folgen mr christmas in the bank und dann geht es jetzt auch mit dem wasteland wanderers dlc los ja also lasst mal ein abo da und wir bestreiten diesen weg dann zukunft gemeinsam wäre schon schön das ist ja cool tatsächlich ricochet hat hier so ein bisschen seine laser ich weiß zwar nicht von wo die jetzt herkommen also anscheinend ist da oben irgendwo ein raumschiff und das zieht ihn gleich hoch oder so keine ahnung ja der amtierende 24 7 der amtierende us-champion ricochet gucken wir gerade mal hier in die derzeitige bilanz rein was wir so haben bei ricochet wie gesagt champion steht bei zehn siegen sechs niederlagen hat den lolltron ja den titel abgenommen und auf der anderen seite der joe der war ja schon champion muss den titel aber dann niederlegen weil er technische probleme hatte da war allerdings dann die entscheidung ein bisschen verfrüht weil kurzzeit später hat er dann wieder internet gehabt dann hat man sich schon den bekannten titel wieder ausgetragen und ja wir sehen auch gerade übrigens auf der hier auf dieser namesplate da steht gar nicht ricochet drauf mir stand doch immer die namen da eingraviert drauf schade 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 ja wie sieht es denn aus hier so joe the king ist allerdings schon wieder in reichweite also weil wie gesagt da das ranking ja nicht so voll ist bei dem uk championship hält das ganze ein grenzen so da gibt es den uppercut von ricochet was haben wir diese joe the king kein widerstand und auch keine sofort man könnte ja meinen hier er joe the king ist von den paybacks der der reale wrestler das wäre ohne mist ich habe ein absolutes wunschmatch fürs evoverse ricochet gegen masker ich glaube das ist komplette eskalation das könnte vielleicht das neue projekt werden hier wenn das mr christmas in der bank rum ist so evoverse wunschmatches starke huso ist halt ricochet das macht schon spaß ihm zuzuschauen und das ist wirklich auch einer der beliebtesten realen wrestler wo das gameplay echt spaß macht was man sich gerne anschaut und joe the king und ricochet beide ohne konter und der zerstört ihn jetzt erstmal ein bisschen draußen ricochet schon bei 97 prozent und es geht noch nicht in den ring zurück erstmal gegen die stahltreppe und nur kann man auch jose king beide kämpfen hier wirklich am rande flatliner von ricochet bei 13 es riecht nach dem double count aus ohje ricochet geht in den ring und geht wieder raus ricochet rettet joe the king joe the king jetzt wieder ohne reversal aber ricochet und da streckt er ihn mit dem superkick nieder was hat er jetzt vor alter ricochet übertreibt doch 630 nach draußen von ricochet oh mein gott holy crap alles klar ich glaube ab sofort im evoverse wenn ich ein ricochet match zeige ist keiner mehr traurig drum was zur hölle geht denn mit dem ab das war ja wie hier letztens bei nxt wo er auch so gefühlt 6 meter nach draußen gesprungen ist die kämpfen zwar viel draußen aber einfach so dieser 630 nach draußen heftig nächste huracan runner ey guckt euch den körperzustand von joe the king an rot orange und ricochet hat einfach nur hier der hat noch grüne energie und hat schon wieder ein signature ich hoffe jetzt nicht auf ein double count out das wäre so bitter also ricochet geht zumindest rein double counter gibt es jetzt erstmal nicht und er rettet ihn wieder anscheinend hat er ein persönliches problem mit joe the king ich lache gleich wenn joe the king gewinnt ich glaube tatsächlich aber dass viele aufgrund dem was hier in dem match passiert tatsächlich mal auf der seite des realen wrestlers stehen so wieder reversal ricochet ja da pusht er sich sehen wir zu dem flatliner nee fürs erste nicht wieder reversal joe the king und wir gehen ah wir gehen wieder in den ring zurück also ich kann euch sagen das match ist hier schon auf jeden fall schon besser als das was wir heute um 12 gesehen haben wo will er mit ihm hin ah das hat zu lange gedauert joe the king und ich glaube nach dem codebreaker ist jetzt feierabend eins zwei da hat ricochet tatsächlich mit joe the king gespielt ricochet ist der erste reale wrestler der den einzug in die nächste runde schafft richtig heftig alter schwede da ist ricochet auch bei mir in sachen gameplay mal ordentlich in der beliebtheitsskala gestiegen ich glaube ich kenne kein wrestler der mich vom gameplay von den realen restlern hier in ww tuket 20 der mich so gut unterhalten hat wie das ricochet dieser sick 13 hat draußen absolut kranke weltmann ja leute auf jeden fall das war es mit diesem match heute ich gehe mal davon aus jeder der das match gesehen hat der kann nicht abschreiten dass das gut war das hat richtig spaß gemacht und auf jeden fall wenn ihr es genauso seht lasst dem video mal einen daumen nach oben da schreibt mir feedback in die kommentare ich bin sehr sehr gespannt was ihr da sozusagen habt alles weitere links in meinen social media accounts alles links in meinen social media accounts die links zu meinen social media accounts in der video beschreibung und die teilnahmbedingungen vom universe also schaut dort mal rein würde mich sehr sehr freuen täglicher ww tuket 20 content auf meinem kanal auch wenn ihr mir ein abo hinterlassen würde wäre das eine tolle aktion von euch wenn wir diesen weg dann in zukunft gemeinsam bestreiten würden dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen vierten advent lasst es euch gut gehen bis zum nächsten video macht's gut und tschau